Da habe ich gemerkt, dass die japanische Stimme zwar cool klingt, aber echt scheiße ist, wenn es darum geht, es deutschen Text auszusprechen. Deswegen haben wir jetzt Hans. Jetzt hast du hier der Typ, der in dem letzten Video Jehav gesagt hat. Das ist Hans. Why call him Hans? I have no idea. Ja, tatsächlich Crafter, ja. Ich habe meinen Angler jetzt schon auf 70. Gärtner und Minarbeiter sind auf 68 und 69. Also close behind. Aber ich versuche jetzt aktuell gerade die Meisterbücher zu kriegen, damit ich das mal abgehakt kriege. Und wenn ich dann Zeit habe, lungere ich im Goldsauce herum, weil ich aktuell MGP farme. So yeah, this is what I done. Oh nein. Oh nein, der Hans-Test. Testen wir Hans doch mal aus. Hans klingt auf jeden Fall solide. Äh, das erste und das zweite oder die späteren? Die, 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 die Meisterbücher oder? Also erstmal die ersten. Für die anderen brauche ich ja Sammelscheine. Da setze ich mich ein andermal dran, die mir alle zu erfahren. Mache ich wahrscheinlich erst, wenn ich das, wenn ich hier das Gear habe. Also ich glaube, bis ich mir die Dinger hole, das dauert noch. Bis ich mir die Meisterbücher hole, das dauert noch. Weil erstmal möchte ich dann halt das tatsächliche, ähm, bessere Gear für die Hersteller haben. Damit die halt mal ein einheitliches Gear haben. Damit ich auch mal ein bisschen Platz im Inventar kriege. Ich meine gut, mit Endwalker kriege ich sowieso ein bisschen mehr Platz. Damit ich, Leute wie ich hier, ihren Kram mehr zumüllen können. Das liegt bei mir aber immer da dran. Ich hab Angst, irgendwas wegzuschmeißen für Staatsteiler oder whatsoever. Was noch irgendwie in Gebrauchung ist oder ich möglichst bald brauche. Because there is so fucking much, you know. Aber ja, äh, ich würde sagen, wenn wir jetzt schon mal... Äh, was hältst du jetzt... Was hältst du gerade von Lost Judgment? Ah ja, is fucking great. Würde die Story mich nicht so brutal packen? Würde ich mich sogar mehr mit dem Side-Stuff beschäftigen? Das ist aber, glaube ich, etwas, was ich dann nachher in meiner Freizeit mehr machen werde. Weil, äh... Ich glaube, bei Lost Judgment ist es besser, wenn wir uns auf den Hauptplot konzentrieren. Weil der ist so schon relativ tricky zu folgen. Es ist halt ein... Ja, ein Krimi, ne? Es ist also, wenn man da irgendwie ein bisschen zu lange off-track ist, vergisst man wichtige Sachen. Deswegen habe ich mir gesagt, wir machen wahrscheinlich im Stream nur die... die, äh, richtig Main-Story-Sachen. Maybe ein bisschen Side-Tracking, je nachdem. Vielleicht mal Young heute mal wieder. Vielleicht machen wir das heute mal, wenn wir ein bisschen früher angefangen haben. Ähm... Ah ja, allein wegen dem Thema. Also das ganze Thema bezüglich Mobbing ist schon... Ich finde es krass, dass das mal angesprochen wird. Dass es mal ein Medium gibt, wo das tatsächlich anspricht. Und dass dann auch noch so... gut verpackt ist. So interessant verpackt ist. Bäh. Okay. In dem Sinne, äh... Ich labere jetzt hier nicht großartig weiter. Sondern wir machen direkt weiter mit... Lust to Judgment. Bezüglich der Haupt-Story. Jetzt mittlerweile wird es halt interessant. Ich habe immer... Wir sind immer noch an dem Punkt, wo ich keine Ahnung habe, wer der wirkliche Drahtzieher hinter der ganzen Sache ist. Wir wissen, dass, ähm... Äh... Kuana halt... Zugegeben hat, dass er... Mit den Morden mit drin hängt, aber... Was hier halt die NRK damit zu tun haben, Das wissen wir halt immer noch nicht. Und das ist mittlerweile so dieser größere Punkt. Und natürlich Hörnchen. Ja, Hörnchen ist so... So unser absolutester Sidestrack. By the way, wir machen überwiegend Main-Story. Und wir sind jetzt schon bei 28,5 Stunden. This game has a lot. Ich meine, gut, wir haben einen Stream legit damit zugebracht, einmal, äh... Side-Business und Side-Stuff zu machen. Aber, ähm... Ja, Alter, this game has a lot. Vor allem haben wir ja gemerkt, die ganzen Schul-Stories, die sind ja riesig. Das ist ja ein riesen Ding. That's a game within a game. Ja, irgendwie noch sieben Clubs, die wir noch nicht mal gesehen haben. Und wir haben ja gesehen, allein der zweite ist schon... Die zwei, die wir haben, sind ihre eigenen Minigames. Mit eigenen Sachen, die du dir holen kannst. Und... There's a lot. I am hurt bad. Ah ja, ich erinnere mich. Wir hatten ja auch eine unschöne Auseinandersetzung mit, ähm... mit Kuana. Kuana-Pock. By the way, Kuana-Pock ist jetzt auf, ähm... auf dem LH-Server ein Ding. Ich würde... ...dringen alles. Ich würde... ...dringen alles. Ich würde... ...dringen alles. Ich wäre ein bisschen angetrunken. Don't worry. Don't worry, alles okay. Das... Das kann ich nutzen. Watch this. Ich glaube, ich habe den Move noch gar nicht. Oder ich bin nicht betrunken genug. Ich glaube, ich bin noch nicht betrunken genug. Ja, also... Ich meine, gut, ich bin schon froh genug, dass Zao überhaupt mal erwähnt wurde. Das bedeutet, dass er überhaupt mal Screentime bekommen hat, you know. Wenigstens etwas aus... ...äh... ...aus den alten Yakuza-Teilen. Das bedeutet mir schon eine Menge. Außerdem, ich bin ganz ehrlich, ich habe den Kerl nur gesehen und alles, was sich in meinem Kopf gehört hat, war... Wow, wir haben ernsthaft genug. Krass. So, das Problem hat sich schon mal gelöst. Grip Boost. Grip ist jetzt nicht so unbedingt ein Problem. Das kann ich mir später gut vorstellen. Sollten wir noch mal auf unseren Kettensägenfreund treffen. Oh, das ist der Move. Gonna use that. Deswegen, also Zao überhaupt mal wieder zu sehen, war schon... Ne? Das war schon überhaupt mal was. Oh, zwei, sehr froh. Ich habe mich erwartet. Ich habe mich Ich habe mich vorbereitet. bei dem Kwan. Auf den Wissen. Ich habe mich zu sehen. Wie ist das? Das ist es. Ich habe mich über den Faden über den Kwanen-Kwanen-Kwanen-Kwanen-Kwanen-Kwanen-Kwanen-Kwanen. Ich weiß. Ich weiß es nicht, dass die Leute hier rauskommen sind. Ja. Ich weiß es nicht. Natürlich ist es nicht so, dass wir jetzt in diesem Ort machen. Die Kuanna-San kommen, die hierher kommen. Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, dass die Kuanna-San kommen. Wenn man sich die Leute aufbauen, dann kann man die Leute nicht mehr aufbauen. Und dann kann man sich die Situation sicherlich sehen, dass die Leute aufbauen können. Hmm... Das ist dann... Daher gibt es ein Bild im Hintergrund, wo man sich in der Stadt befinden. Da ist es nicht so, dass es jemand hier nicht so weit ist. Daher kann man sich nicht so weit weg. Wo ist das? Das ist der Hauptsache der Städte. Da sind die Fläche, also kann man sich sofort ansehen. Ich glaube, ich sollte auch vorher noch mal rein. Ich muss danach checken, ob ich irgendwo Highlight im Soft kriege. Ja, ich habe überhaupt nichts. Im Kampf, um fucking Kwanapok zu kriegen, habe ich echt so viel Zeug fressen müssen. Wo ist denn die Baustelle, von der du redest? Ach, bei der High, da. Ach, guck mal, da ist ja die Dings direkt auf dem Weg. Ja, sturzbesoffen, Skateboard fahren, super Idee. Oh mein Gott. Ich habe immer gedacht, es fühlt sich komisch an, mit Kiryu unterwegs zu sein, wenn er betrunken ist. Aber this is even more weird. Es fühlt sich an, als ob du gar nicht selber fahren dürftest. Oh, nee. Echt jetzt? So merkwürdiges Geräusch Mit Zoom Leute Ah, der kommt gleich wieder Der kommt gleich wieder Das sieht nur ein bisschen aus wie in der Nacht zu schlampe, aber okay Hm? Äh 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 Okay. Oh boy, that is, uh, fucked up. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Oh. Das ist auch so eine Side-Quest, die schon ziemlich lange durch die Gegend geht, ne? Ja, aber das Ding hier, das Skateboard steuert sich an sich echt gut. Sein Laden ist gerade gar nicht gespawnt gewesen. Sein Laden war einfach komplett leer. Ja, totally not spawned. Hm, wo? Ach da. Das ist am Arsch der Heide. Aber ja, wenn ich besoffen bin, fährt sich das Skateboard natürlich echt scheiße. Aber ich glaube, so würde sich jedes Skateboard fahren, wenn du besoffen bist. Mögt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ups. Wir haben immer noch so viel Geld und nichts, wofür wir es ausgeben können. Außer für mal jung. Ja, und dich auch. So. 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 Und dann hin. So. 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 Ist es nötig, dass Du Deine Handys zusammenklebst? Ist das wirklich notwendig? Entschuldigung. Heute im Krankenhause empfangen. Respekt. Das ist Kutakata, der Kurokawa学園. Was? Ich habe mich überraschend. Aber ich möchte Ihnen einmal mit dem Gespräch zu sprechen. Das ist es, dass du die Übersetzung auf dem man sich zu erschaffen. Oh, das ist richtig. Entschuldigung. Die Übersetzung wird 13 Jahre lang, Kusamoto. Gut, deswegen. Ich habe noch nicht geblieben, aber ich habe noch nicht geblieben. Ja, das stimmt. Ich würde sagen, ob ich das nicht sagen würde. Was ist das? Ich glaube, es ist vielleicht nicht so, dass Sie wissen. Aber ich bin jetzt in der Polizei. Ich habe ihn verletzt. Ja. Natürlich, ich habe das nicht getan. Das war's nicht. Kannst du dich wissen, was du? Ich bin in der Klasse, bis zum Ende des Mitzel. Das war schon seit 10 Jahren. Als ich als Lehrer bin, habe ich mir eine Anrufe gegeben. Aber ich hatte keine Antwort. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist garantiert nicht öffentliche Sicherheit. Das war's. 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 Wieso�� ich schon fast sagen. Das war's. Das war's. Joelawick. Did you just stone-cold stun up my ass? Okay, Junge. Stimmt, war ein Reverse-Stunner. Ich bin hier. Das ist... ... das RK. Das ist ... Das ist ... Was? Das ist nicht so. Ich bin ein Mann, der ein Mann. Das ist ... Wenn sie sich dann ... ... die Kwaner finden, dann ... ... dann ... ... dann ... ... es wurde gesagt, es wurde ... ... aber ... ... es wurde ... ... es wurde ... Ich weiß nicht, was ich nicht. Ich weiß nicht, was ich. Ich weiß nicht, was ich. Ich weiß nicht, was ich nicht mehr wissen. Huf, huf... Sie haben sich, wenn Sie sich in den Schmacken benutzen, wenn Sie sich in den Schmacken benutzen. Hä? Schmacken? Er gibt ihm auf jeden Fall noch einen Hinweis. Ich hätte jetzt erwartet, dass er ihm in die restlichen Szene eintritt, aber das geht er auch. Okay, ich bin in der Regierungsbank, der Regierungsbank, der Regierungsbank und der Regierungsbank. Ich heiße Bandow. Regierungsbank? Was ist das? Aber ich habe nicht gehört, was ich nicht gehört. Es gibt auch eine andere Seite. Aber ich bin hier, dass ich hier nicht so gerne möchte. Für alle. Ich bin hier. Ich bin hier. Was ist das? Ich würde mich auf Kuss本-Greisen überlegen, was ich mit einem Mann verletzt. Was? Ich habe eine Beziehung von Kuhl-Tur, aber ich habe einen Beziehung von Kuhl-Tur. Ich weiß, dass ich mich nicht. Ich bin der Kuhl-Tur, der Kaui-Sinn, der Kaui-Sinn. Das ist cool, aber warum do you care? Warum does he care? What the fuck is going on? Ich weiß gar nicht mehr, wann hatten wir in Judgment den großen Plot Twist, dass wir wussten, wer der Killer ist? Das ist jetzt auch schon ziemlich sehr spät gewesen, so wie ich das noch in Erinnerung habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das noch in Erinnerung habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das noch in Erinnerung habe. Ich weiß gar nicht mehr, was ich weiß. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich das noch in Erinnerung habe. Ich weiß gar nicht mehr, wenn ich das noch in Erinnerung habe. Geil, Ghost of Sushimi. Geil, Ghost of Sushimi 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 Ja, das stimmt. Wenn ich Kusumoto und Leihko verabschiede, dann wird es kein Problem in der Kauan sein. Das ist auch ein Problem für RK. Dann wird es, dass die Kauan von Sawa und Leihko verabschiedet werden. Ich glaube, das auch. Ich denke, ich denke, es ist die Frage. Aber ich glaube, ich glaube, es ist die Frage, was ich auf mich verletzte. Ich kann mich nicht auf die Kusum und Leiko selbst machen. Also... Ich denke, ich habe mich damit auf die Seite nicht zu verletzen. Ich denke, ich sage mich, dass du Kusum und Leiko aufwärtsst. Aber es kommt immer wieder an die Angelegenheit. Ich habe mich nicht beantwortet, weil ich mich nicht beantwortet. Ich bin ein Probe. Ich bin der Arschluss. Was ist das? Das ist gut. Yagami, ich habe ein bisschen vorbereitet. Ich verstehe. Das ist gut. Was ist das, Yagami? Du bist nicht in R.K. oder? Du kannst mich für den R.K. und Arschluss. Hey, du bist! Ich weiß nicht, dass ich das nicht so machen kann. Ich weiß nicht, dass ich an R.K. mit einem R.K. verabschiedetze. Ich habe mich geholfen, aber ich habe mich geholfen. Wenn ich mich überrascht, dann bin ich ein sehr grosser Mann. Ich habe mich nicht geholfen. Ich bin der alten Yakuza, also bin ich. Und so... Hehehe... Der Mann ist einfach nur ein Schmerz, und er hat sich immer sehr gut gemacht. Ja... Er hat sich schon lange Zeit geholfen. Ich glaube, dass wir in der Arbeit des Yagami. Wenn der Kai-Tou wieder zurückkommt, dann können wir uns fragen. Das ist nicht so schlecht. Dann haben wir auch noch einen Sugi-Ura. Ja, ich bezweifle, dass das zu einfach sein dürfte. Also wir könnten jetzt direkt wieder zum Hospital dösen. Äh, ich will mal überlegen, wollen wir eventuell noch was anderes machen? To be honest, no, weil eigentlich will ich wirklich die Hauptstory weitermachen. Der Shit catcht mich halt hart. Aber dann wieder Hörnchenjagd, you know. Ist halt auch immer so ein Ding. Wer mir nicht vorstellen kann, dass in so einer riesigen Stadt wie Kamerucho so wenig Hörnchen sind. Nice, der hat mich gerade direkt angeguckt. He didn't gave a single fuck. Ach ne, da war ein Hörnchen. Stimmt, das war das große Gulli-Hörnchen. Maybe in this weird room place. Ich würde immer noch zu gerne wissen, was das in Japan, ob es sowas wirklich gibt und wenn ja, wozu dient es? Weißt du, man nimmt sich irgendwie zu wenig Zeit, sich mal die, die ganzen Schilder und Plakate mal genau anzugucken. Weißt du, ich kann kein Japanisch, ne? Aber allein die, die liebe in das Detail, wo in diese Stadt immer reingeflossen wird. Ich kann mich da nie aufhören, satt zu sehen. Wir sind schon so lange in dieser Stadt unterwegs. Also von so vielen Spielen halt, nach dem Motto. Und man kann sich irgendwie nie am Detail satt sehen. Shit is sick, yo. Ja, ich schätze mal auch so Werbung für Hostessen wahrscheinlich, ja. Wäre zumindest das naheliegendste. Ich meine, so diese ganzen Hostessen-Clubs, das ist ja in Japan immer noch ein Ding. Und das ist ja, für viele ist das ja, so wie ich das verstanden habe, einfach nur eine Form von... von Gesellschaft. Das ist ja da, Hostessen sind ja da nicht mal pur, äh, hier, ne, sexuell, sondern direkt. Es ist einfach nur, äh... Ja, einfach nur eine Form der, nicht Unterhaltung, sondern eine Form der... der Gesellschaft. Einfach nur mit jemandem Zeit verbringen, you know? Das ist nicht klar, ob manchmal, wie sonst will ich keinen Fall bei dir. Ich habe eine Form der Tatronik in der Tatronik, dass ich zu dem� 무대를 da, nicht mehr, aider oder, warum, jetzt nicht mehr, die Form der Tatronik mega gestern. Yagami kann schon manchmal vertrauenswürdig sein. Creepy, aber vertrauenswürdig. Ich hätte, by the way, nicht hier gewartet, dass das so simpel funktioniert. Kommt jetzt zu dieser typischen Verfolgungsjagd, darf ich mit einer Knarre auf Leute schießen? Wie viel ziel ist es? Das ist ein Schauspieler, über die Gruppe der Krawai im Rennlieue. Ich weiß nicht, wie viel vor der Kalle auf der Kalle auf den Kalle era. Was ich verstehe, warum nicht? Das ist ein Problem. Aber ich würde sagen, dass ich es nicht von sich war. Ich habe mich nicht mehr verletzt, was ich? Ja, was ich? Ich möchte mich über die Wahrheit erzählen, aus der Duft des Kauai-Sin-Yens. Ich habe mich nicht mehr verletzt, was ich verletzt. Ich habe mich nicht mehr verletzt. Das ist bullshit, und du kennst das. Das ist bullshit, und du kennst das. Ich hab mir gesagt, dass ich meinen Eich-Bahn nicht erwarte. Ich hab nur einen Bein-Bahn und sie bin bei Meldien. Ich habe mich verletzend, dass ich mich für etwas wissen möchte. Es ist etwas? Ich habe mich überlegt, ob es sich an den Angelegenheiten befindet. Ich bin so für eine Angelegenheit. Was ist das? das ist die Schuss, eine Bewerbung für Kruana. Entstehen Sie grade an, Kusamoto? Es ist ... Ihr Kind ist, wie es eine gewisse Schuss, erinnert. Sie haben immer die Welt ausgerüstet, Das war's für mich. Ich glaube, der ganze Zeit, ich habe auch schon ein paar Mal gesehen. Ich glaube, dass ich mir die Angelegenheit verletze. Ich würde mich sagen, ob ich diese Angelegenheit hätte. Das ist ja so. Wer will zu retten, ist der Fall, die sich mit dem Anruf anrufen? Wenn ich so etwas mache, dann wäre ich nicht nur ein oder zwei. Wenn ich das Urlaub habe, dann muss ich die Anruf auch beherrschen. Die Anruf ist für die ganze Welt der Stiftung, der wir im Rahmen der Stiftung haben. Die Stiftung haben die Stiftung und die Wirtschaft, Das war die Werteilung des Menschen. Aber sie haben alle anderen Ideen und Ereignen. Dort gibt es viele Verzweifungen und Probleme. Es gibt viele Verzweifungen. Es gibt viele Verzweifungen. Es gibt viele Verzweifungen. Es gibt viele Verzweifungen. Das Verzweifungen ist ein Verzweifungen. Es gibt auch eine Verzweifung. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist ein ganzes Wettbewerb. Deswegen, ich bin sicher, dass ich mich nicht verletzen bin. Das ist ein Verletz, was ich? Entschuldigung. Das heißt, dass ich mich nicht verletzen bin. Was? Es gibt auch einen Traum, von vielen Menschen. Ja, das ist das Problem. Es ist so, dass die Leute die Frauen zu bedienen. Und ein schöner Schiener hat, die Kauaiin hat sich herausgefunden. Und das ist das, was die Ehehara-Akihiro. Ihr wisst Ihr, was. Ja. Ich weiß nicht, was ich. Es war die Zeit, dass R.K. aus dem Betriebs, was ein R.K. im Kastner� war, als Kauai-Sinn-Yah zu sehen. Und nachdem, sie haben 5 Jahre später Kauai-Sinn-Yah zu verleten. Und sie haben wohl die Verletzungen geschlossen. Ich habe keine Beatofeierungen für die Überraschung. Das ist halt das Problem. Die einzige Aussage, die wir haben, beziehungsweise die einzigen Beweise, in Anführungszeichen, sind die Aussagen von Kuana. Und die sind, äh... Yes. Das war's. Oh ne Witz, also die Frau ist ja eiskalt Da brauchst du einen Eispickel, um durchzukommen Du hast gezwungen, oder? Du hast ja auch gesagt, dass ich das zu Ende des Kwanas Was ist das? Er hat gesagt, ob er, mich nicht zufrieden und dass ich mich nicht verankert habe Ich bin der Kwanasin Der Kwanasin ist ein Wettbewerb von der Kwanasin anderes ist es, bei einem Behandlung Wir gehen zu ihm zu, okay, ne? Ich verstehe das Gefühl. Aber... ...dass ich nicht, dass ich es nicht tun wollte. Wenn ich mit der Frau mit der Frau gesprochen habe, dann wissen Sie auch die Videos, oder? Die Hitzluge hat die Hitzluge. Ja. Es ist egal. Es ist egal. Ich habe keine Ahnung von Zon-Zem. Ich habe mich mit einem Schmerz und ich habe einen Blick auf die Mitzel. Aber ich glaube, dass ich mich nicht mehr für die Mitzel habe. Ich wollte mich nicht mehr wissen. Aber ich habe... Ich habe mir gesagt, dass ich mich nicht mehr überrascht. Ich habe mir gesagt, dass ich mich nicht mehr überrascht. Ich frage gerne. Ich frage gerne. Ich frage gerne. Ich frage gerne. Ja. Ich frage gerne. Wenn du dich daran interessiert, kannst du dir das Gefühl? Ich frage gerne. Ich frage gerne. Das ist viel Geld. Das ist das, was ich? Natürlich, wenn man gut geht, ist es sehr gut. Aber wenn man sich auf die Erde verliert, dann werden wir nicht mehr für die Welt gebraucht werden. Das ist das, was die Arbeit der Arbeit, wenn man nicht mehr zurückkehlt, ist es wichtig, dass es eine große Herausforderung. Entschuldigung. Ich habe es gesehen, dass es ein paar Fragen gibt. Oh, das ist das? Ich habe es nicht mehr, Yagami. Die Leute, die anstrengung, werden die Anwendung zu verabschieden, die die Anwendung zu verabschieden, die in der Welt zu verabschieden. Und jetzt, Kusamoto, der gerade nicht die Anwendung zu kontrollieren, ist der Anwendung der Anwendung. Wenn man so arbeitet, kann man sich auch nicht ändern. Wenn man so arbeitet, ist es nur der Kussmoto. Man hat sich die Kraft, und hat sich auch die Vertrauen. Wenn man andere neue Arbeitsplätze machen kann, dann wird das gleiche. Das ist so, dass ich mich für die Leidenschaft bin. Ja. Das sind schon fast 1,50 in Euro. Oh, mein Fuß ist eingeschlafen. Oh, fuck. Oh, mein Fuß ist das? Ich kann nicht nur aufdrehen. Ich kann nicht nur aufhören. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es gut gesagt, dass ich nicht so, dass ich. Wenn ich mich nicht so, dann bitte ich mich. Kann ich euch erzählen, Kuanna? Ich habe es. Ich möchte nachdem, woher ich mich nicht entfernt. Ich möchte nachdem, nachdem ich mich in die Strecke gelegt habe. Wenn ich mich in die Strecke bin, dann ist es危険ig. Wenn ich mich in die Strecke bin, dann kann ich alles auswählen. Das heißt, wenn ich mich in die Strecke bin? Ja. Ich glaube, dass ich das nicht so fühle, wenn ich mich um die anzüttelte, weil ich nicht so fühle, dass alles gewusst. Ich kann nicht nur sagen, dass ich mich, was ich nicht so fühle, dass ich mich nicht so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr aufgesehen. Ich glaube. Ich werde noch nicht mehr die Menschen mit dem Koffer nicht mehr verletzen, weil ich es nicht mehr so fühle, dass ich nicht das Problem für den Koffer. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr, wenn ich mich nicht mehr verletzen kann. Das stimmt. Aber was ist das? Was ist das? Was ist das? Du solltest, dass ich mich nicht mehr verletzen kann, Kusumoto. Was ist das, was ich? Aber ich habe mich wirklich verletzt, was ich wirklich ein Mensch? Ich war ein Mensch und ein Mensch. Du hast, was du gemacht hast, was du gemacht hast? Ich habe mich immer beinigt, dass ich mich sehr liebte. Ich habe mich sehr verletzt, dass ich mich sehr verletzt. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Aber das ist wirklich nicht möglich. Aber ich habe keine Ahnung von meinen Geist, die ich mir aus der Kaufe war. Ich habe gehört, dass ich mich auf Kaufe im Kaufe von Kaufe war. Kaufe hat mich auf dem Kaufe von Kaufe gebetet und mir aus der Kaufe gebetet. Ich habe mich nur so gesehen. Oh, boy. This man twisted the knife in the belly. I don't know what to do with my husband's face every day, but I don't know what to do with him anymore. What do you want to do with this? Kuanah said that. But what do you want to say to her? Is this...Sawa? I love this man. You guys are so gross. I don't know what to do with her. I've been so proud of you when I live with her. I've been so proud of me. I've been so proud to have been so proud of myself. I've been so proud of myself to have been so proud of myself. So I don't have to be honest with you. I have to be honest with you, like saying, Ich weiß nicht, dass ich das Smartphone nicht verwendet habe. Wenn ich mich selbst fühle, dann kann ich mir auch, dasselbe ich. Das ist alles, was ich. Oh boy, alter, je tiefer es geht, desto schwerer, desto schwerer wird alles. Jesus. Je tiefer wir bohren in die ganze Sache, desto schwieriger wird die Sympathie für so viele Leute. If that makes any sense. Was will er machen, sich nochmal von mir verprügeln lassen? Wollen wir das Taxi her? Haben wir einen Taxifahrer überfallen? Nein. Zünn-Lumiang? Würde ich schätzen. Ja, sieht ganz danach aus. Ach. Gut. Oh Gott. Ach. Das war's für heute. Ich habe mich schon bei Kusumoto und Ereco geschah. Ich habe mich schon seit 5 Jahren verletziert, um die Kauai zu schütteln. Was ist das? Was hat sich der Mann gesagt? Ich habe zu haben, die Verkaufnahme nicht zu bekommen. Das ist gut. Was hast du zu tun? Das war es mal um zu Ende. Das macht dich doch noch. Ich habe dich doch gut gemacht. Was ist das? Aber ich kann nicht nur sie, was sie zu retten. Ich kann nicht nur sie, was sie zu retten. Was soll ich sagen? Kusumoto, dass ich mich nicht mehr verletzen kann. Wenn du so gesagt hast, habe ich mich nicht verletzt. Okay, Yagami. Ich habe sie noch nicht verletzt. Ich fühle mich, dass ich mich nicht verletzt habe. Ich bin der Grund, wenn ich nicht. Wenn du mit dir das gleiche ist, dann kann ich auch stärker erzielt. Ich habe keine Verweisung von Kauai. Ich habe nur einen Geist von Kauai, aber ich habe keine Verständnis von Kauai. Ich habe auch keine Verständnis von Kauai. Ich habe auch keine Verständnis von Kauai. Ich werde mich nicht mehr verletzen, aber ich werde nicht verletzen. Ich hau hier gleich was ganz anderes raus, Junge. Oh, stop having a point! Oh, man. Oh, man. Oh, man. Ich weiß nicht, dass er alles in der Lichter werden kann. Was? Ich habe auch gesagt, dass ich Sawa für dich zurückkehren möchte. Das ist das Zeug. Was ist das? Das ist ein Bild? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich habe alles verletzend. Ich habe mich verletzend, mich verletzend, mich verletzend, mich nicht mehr zu helfen. Aber ich habe mich nicht gesagt, dass ich es nicht verletzte. Ich habe das wirklich nicht verletzend. Aber ich habe mich nicht verletzend. Ich habe mich nicht verletzend. dass ich es nicht verletzend war. Die Frau hat sich in der Art, die Verletzendung haben. Ich dachte, ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht verletzend war. Ich habe das Problem. dass du mit dem Zahnarzt haben. Ich habe das Gefühl, Ich habe mich zu fragen, dass du ihn an den Mannen Verletzend zu haben. Ich habe die Möglichkeit, die wirkliche Grund zu tun. Du bist mein Freund, und ich habe nur die Verlust für die Erwege. Die Verlust ist ein Verlust für Menschen. Das ist, dass ich nicht mehr so sein kann. Aber du hast du das Beispiel? Stop having a point, Kuwana. Ich will mit deinen Punkten sympathieren, but goddammit. Oh, damn. Oh, damn. Oh, damn. Oh, damn. Oh, damn. Oh, damn. der Raum ist da, wo damals der Händler drin war. Keine Hörnchen. Ich hätte schwören können, dass hier perfektes Versteck für Hörnchen ist. Well done. Oh mein Gott, was ist denn hier für eine Party? Ich finde es geil, wie die andere Bande jetzt einfach da an mir vorbeiläuft. Ich muss ernsthaft den Damage mal buffen. Ist das der da hinten mit der Kern? Ja, ich höre es nur. Au. Alter, komm ran, Junge. Vielleicht wollten die Lumiang ein Hörnchen, hallo? Ich glaube jetzt nicht, dass wir was gegen Hörnchen haben. Achso, das Hörnchen da haben wir schon. Das ist mir gerade auf der Karte aufgefallen. Das spawn ich jetzt direkt in den nächsten Fight. Ja, ne, leckt mich. Alter. Ja, das... Es ist echt hart, mit dem Kerl zu sympathisieren. Weil... Ach Gott, he has a point. Aber es ist... Es wird halt in... Es wird halt die Zukunft... Also in... Es wird halt kein Mobbing verhindern. Und das ist so das... Er gibt den Leuten... So diese... Diese temporäre Genugtuung. Aber das war es dann auch schon wieder. Weggebolzt. Ich dürfte nicht halt so viel SP wieder haben. Oh, doch schon wieder 20k. Alter, man kriegt so schnell SP wieder. Ach guck mal, genauso viel kostet ein nächster Tagboost. Alter, als ob du es gewusst hast. Sei ehrlich. Ah, Gott, oh Gott. Ja, das ist halt so eine Moralsache. Moral ist immer so... Na, ist so ein Ding. Ach, guck mal. Die liegt hier einfach. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Drei noch. Ich habe mich nur gewundert, da irgendwas war anwählbar. Schade, das sieht so einladend aus. Speaking of... Hörnchen! Hä? Ich hätte schwören können, ich habe ein... Oh, das war der... Die Sicherung... Oh. Das war nur der Sicherungskasten. Ich dachte, ich habe ein Hörnchen gesehen. Ich will es mir doch nicht sagen, dass hier nirgendwo ein Hörnchen versteckt ist. Oh, aber leere Flasche. Das finde ich gut. Zumal, wir haben schon seit Ewigkeiten keins mehr gefunden. Und hier ist die Karte an sich auch relativ leer. Also eigentlich... Das ist eigentlich... Ich will halt auch keine Map. Weißt du, das... Das würde dann halt aus der ganzen Sache so eine... Das macht aus dem Ganzen eine Trivialität. Ja, der mit dem... Der Jogger war immer noch der Beste. Wo er einfach mit dem scheiß Kapper um die Ecke gerannt kommt. Ich finde es, by the way, auch schade, dass hier das Kino nicht mehr existiert. Ich gucke mich gerade immer so ein bisschen immer nebenbei noch um, weil... Ähm... He got knife. Oh ja, das... Hat der einfach ein Schwert dabei? Und sch... Uuuuuh! Ja, ich weiß, es gibt wahrscheinlich auch ein In-Game-Item, wo dir Hörnchen einfach besser anzeigen. Echt jetzt? Hörnchen. Junger Detektiv, sucht nach Hörnchen. Sprengt dabei auch über Zäune. Wir haben auch schon wieder ein paar leere Flaschen, ne? Aber alles, was wir halt gerade... Uns fehlt immer ein Zeug gefühlt. Und dann immer nur so... Hier fehlt ein... Hier fehlt fünfmal. Na gut, das könnte man sich kaufen, wahrscheinlich. So eine Bento-Box. Bezweifelt, dass ich die einfach so auf der Straße finde. Hat vielleicht einfach mal jemand ein Hörnchen so auf der Seite von seinem Auto? Ne, 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 Jungs. Mir hat Hunger. Beziehungsweise mir hat Durst. Ist mir Wurst. Ich hab Durst. Was? Der Zwinge hat sich in Go Haven. Ja geil, man kriegt ja die... Das hab ich ganz vergessen. Du kriegst ja die Sachen tatsächlich auch noch vollständig, wenn du hier... ...da einmal alles gegessen hast, sag ich mal. Das ist auch nicht... Äh, äh, äh. Feindchen. Weil ich meine, wir hatten, glaube ich, gerade erst ein Drittel oder so. Also es müsste eigentlich noch eine Menge offen sein. Aber hier hast du das Gefühl, ich finde einfach nichts mehr. Wieso ist die Straße so... ...komplett gesperrt? Das ist so... ...so weird. Zum Arbeitsamt. Ach ja, stimmt ja. Ich habe getrunken. Da war ja was. I-O-Hole und Skateboard verträgt sich nicht so gut. Hinter dir? Hinter mir ist... ...es bin nicht ein Hörnchen. Hörnchen beim Parkplatz, beim Arbeitsamt? Okay, hold on. Tatsache, da. Ja gut, da kommen wir wohl nicht rumrum, wa? Mal. Hoi, komm! Hörnchen. Oh, wut! Hörnchen! Nannnannannannann. Hörnchen! T-T-T Das ist Hundhörnchen. Äh, Hundhörnchen. Wie gut, dass dieser Hund überall hinkommt. Es wäre so eine nervige Mechanik, wenn man den Hund erst jedes Mal aus dem Büro holen müsste. Ramburg wurde freigeschaltet. Okay. Hast du fein gemacht? Hier. Äh. Den müssten wir uns auch mal holen. Hier, Ramburg. Kostet 5.000. Das ist aber ein fucking Konter gegen Waffenangriffe. War da gerade ein längst ein Hörnchen? Also das bei der Tür, das hatte ich ja. Ich meine, wir müssen hier gleich sowieso raus. Also von daher. Meinst du in der Straße? Da sind wir schon zehnmal gefühlt, zwanzigmal durchgelaufen. Hmm. Was ist das? Ich habe mir gerade ein paar Fälle überprüftes und mit diesen Spielen gearbeitet. Als ich überprüft das, dann wird das alles etwas in den Ständigen gefallen. Die Beobachtung ist aber noch eine falsche Spiele ja noch dabei. Das ist meine Grund. Ich habe heute schon einen Verkaufsend gemacht, und diebetriebene Entscheidung. Ich werde das nicht kurz aufhalten, aber ich kann sich auch mit dem Körnern darauf geholfen. Oh, fun. Links zu Mainz. Wow, Tatsache. Wir sind hier schon 30 Mal vorbei. Wir sind hier schon 30 Mal dran vorbei. Wirkt ihr nicht? Ich sehe das Hörnchen schon. Ich bezweifle, dass neue Hörnchen erscheinen können, you know? Ich finde es immer geil, wenn wir irgendwo dran stehen und wir die Drohne nicht benutzen können. Da. Eine Farbe. Wir haben nicht mal die Hälfte. Aber wir sind legitim so oft dran vorbeigelaufen. Schau mal vor, er geht jetzt ins Bezirksgericht und sagt so, ja, don't mind me, I'm looking for Hörnchen. Und ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass man nicht nur die Hörnchen und die Hörnchen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir die Hörnchen und die Hörnchen, die Hörnchen haben. Das war's für heute. Ich habe heute noch nicht nur den Beleggeist, sondern auch die Vorstellung der Verlegung. Ich habe noch nicht geholfen, aber ich habe noch nicht geholfen. Aber ich habe mich nicht geholfen, dass ich mich nicht geholfen habe. Ich habe mich nicht geholfen? Ihr habt ja nicht nur einen Beleggeist, sondern einen Beleggeist, oder? Ich habe auch einen Beleggeist. Wenn du mich auf dich verletzt, dann habe ich mich nicht geholfen. Sie haben sich schon wieder an die E-Mailar-Denken. Ich bin ein bisschen aus dem Herrn Genda-Denken. Als ich mich an, der Genda-Denken war, war es sehr gut. Sie haben ihn verweckert, und die Verzweckung, die zu retten, Sie sind immer immer zu schütze, und die Kuhl-Denken sind immer in der Kuhl-Kamuro-Kamuro-Kamuro-Kamuro-Kamuro-Kamuro-Kamuro. Sie hatten keine Wurzweckung. Ich habe mich nicht mehr, wie gesagt. Ich habe mir schon gehört, dass Sie meine Freundlich-F pixien erkennen können. Ich habe ja auch sofort hier geflob, um Herrn Gendall zu retten. Ich habe eine gute Aus comparaison. Sie wissen nicht, was ich ge retten. Es ist die Gegenwart nicht so, als sie es auscious beitragen. Fah! Ja. Oh, kick in the nuts! Oh, kick in the nuts! Oh, kick in the nuts! This time, the police officer will see the murder of the police officer. And then, you'll see the murder of the police officer? Wait, wait. Is that there? Was ist das? Ich bin der Polizei. Ich bin der Ehara-Hara-Kaar. Ich möchte mich überlegen, um die Situation zu stellen. Das ist nicht möglich. Ich bin der Polizei. Ich bin der Polizei. Wir müssen die falsche Informationen geben. Ich bin der Name. Ich bin Bando. Was ist das? Ich bin der Polizei. Das war der Kassion. Das war es für mich, als Herr Wunker. Jetzt kommt er ein bisschen zu viel Geld. Bitte, bitte, bitte. Danke schön. Jetzt war es nicht so, wie ich dachte, es ist jetzt eine Art, eine Art. Ich will, Herr Kassi, eine Antwort auf die Kassion. Ehera-Achihiro, die wir nicht verletzen, als die Verlangen des neuen Schleuches. Wir können nicht nur die Nutzung des Nutzungsgerichts nicht mehr ausgehen. Wir müssen nicht nur die Verlangen und 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 die Verlangen. Das stimmt. Wenn wir uns die Verlangen und die Verlangen und die Verlangen auf dem Verlangen sind, dann wird es auch ein Verlangen. Verlangen? Ja. Für die neue Erkonomie ist das neue Erkonomie. Wenn du das, wenn du eine Kursche startst, wasst du? Willst du den Platz? Einfach mal auf dem Weg? Er muss sich kein Art von der Regierung sehen. Wenn du, dann musst du die Kursche über die Erkonomie verletzen. Wie ist das, Bengewinn? Ich bin jetzt schon wieder auf, was ich zu sagen, was ich schon mal ein bisschen verletzt. Ja, wenn ich das nicht so sage, ich würde es nicht verletzen. Ich glaube, dass ich das nicht verletze. Vielen Dank. Die Miko-Siba-Goroshin sind auch ein Verkaufsgericht. Hä? Hä? Ja, das ist. Hier ist ein Verkaufsgericht. Ja, das stimmt. Was heißt das? Ähm. Ich kann mich nicht sagen, dass das Verkaufsgericht nicht ist. Ich hab ihn nicht verbreitet. Das ist also ein Video von einem anderen Verbreiten. Es gibt nichts mit den Medien. Das Video ist nicht verbreitet. In den nächsten Mal, ein Film wird eine Einführung von einem Verbreiten. Ja, Yagami. Das ist sicher, dass ich jetzt Ehara nicht verbreitet habe. was okay hold on those are basically the same options you know those are basically the same options numbers on even by you know I 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 I'm fine I 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 Kung Fu Time Oh, ich bring sogar Verstärkung mit, wie schön! I 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 So So Wenn wir das mal ganz kurz hier Ich Ich bin ein absoluter Sucker für Simple Food Also so richtig So ein Sandwich Ein fucking ne ne normale Pizza ohne großes Schnickie schnacki ne Simple Food Ich finde die besten Rezepte die es gibt sind schlicht und ergreifend die die super simpel sind Wo du nicht erst einen halben Baum verpflanzen musst um sie herzustellen you know what I mean? Klar gibt es auch da wieder Ausnahmen aber so persönlich ich finde nach nach einem stressigen Arbeitstag gibt es zum Beispiel tatsächlich nichts geileres als ein gutes Sandwich Ja eben Einfache Schnitzel ne Backkartoffel sowas halt Simple Food Finde ich persönlich Beats fancy food a long run Alle Formen von Spaghetti Same Mich kannst du mit nem Sandwich schon so glücklich machen? Das glaubst du gar nicht Es sei denn natürlich du machst Thunfisch drauf aber dann sind wir wieder full circle gegangen you know? Ich mag halt so Wo hat der mich denn noch getroffen? Whatever Ähm Was ich zum Beispiel auch überhaupt nicht mag wofür ich auch blöderweise Flair krieg weil ich sag mir immer so alter lass doch jeden mögen was er mögen will Äh was ich überhaupt auch nicht mag sind Pilze aller Art Ich mag die Konsistenz nicht ich mag den Geschmack nicht Ich Ich mag die Konsistenz nicht In ein Formen von Farben Ähm Private Space This is my no no square Don't touch me there Hat man dir nie gesagt dass das so ein höfliches? Ja Ja in mein Sandwich kannst du ja auch es gibt Sandwich und Sandwich Also da brauchen wir auch nicht diskutieren Es gibt Sandwich und Sandwich Aber Halt so Salatblatt Käse Eine Art Wurst sag ich mal Oder mit Paprika Ohne Witz Paprika ist ähm Auf Sandwich auch geil Aber es braucht so ein Es braucht so ein richtiger Es braucht einen Moisturizer Eine Soße Simpel Butter genügt oft schon Aber ja Chicken Gerichte Meinmal würde ich Chicken Nuggets jemanden töten Fühle ich Nurgs Also generell Äh Hähnchen ist bei mir persönlich top tier Ich mag auch ganz ehrlich anderes Fleisch Ich meine mich jetzt hier bei meiner äh Veganen Fanbase unbeliebt Aber ich hoffe mal Dass die Leute die in meiner Fanbase Vegan sind äh Tolerant genug sind Andere Lebensentscheidungen zu akzeptieren Ähm Nämlich äh Ich mag Hähnchen Ich mag Eigentlich mag ich so gut wie alles an Fleisch So lange ist nicht so Wie wir es eben hatten Sowas wie Wie Kalbszunge Sowas würde ich Nicht essen Oder Leber Alter Leber Mein Vater Mein Vater liebt Leber Und Jedes Mal wenn wir im Urlaub waren ne Und es dann Leber gab Und er Leber gegessen hat Meine Mutter und ich Insta so Würgereflex you know Ja Rind auch Tatsächlich Ich esse selber Selten Steak Ich esse Steak sag ich mal Wenn ich irgendwo Wenn ich irgendwo essen gehe Dann besteh ich sehr gerne Steak Das liegt aber auch da dran Weil ich selber Nicht äh Ich bin ungeübt mit Temperaturen Von 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 der Steak Herstellung If you know what I mean Oh fuck Alter 100k Ich nehm die mal Mal an What the fuck What the fuck Mhm Also Soße ist Ist halt ein Ding Es gibt halt Soßen Super viel Bisschen Ketchup auf dem Sandwich Ist auch geil Äh you know what Weißt du was ich Gerne mag Ähm Hähnchen Hähnchen Und dann versuchen Mit einer etwas Würzigeren Mayonnaise Das ganze noch zu kombinieren Shit's fucking delicious Das ist aber Wildschwein ist auch sehr lecker Hab ich tatsächlich nie probieren dürfen Habe ich noch nie probieren können Aber Rind mag ich Mag Schwein Pute Truthahn Truthahn ist an sich Fucking geil Jetzt hier in Deutschland nicht unbedingt so easy to come by Aber An sich Boah Eine Kartoffel Ist hier ein Eichhörnchen Secret Hörnchen Wow Nothing Cocktailsoße Ähm Darf ich euch was Darf ich euch was gestehen Ihr habt danach Ihr habt auch die Erlaubnis Äh wenn ihr damit nicht interagieren wollt Äh mir direkt zu unfollowen By the way Hörnchen Ähm Fucking Ich bin jemand Boah jetzt kommt es raus Ich traue mich das gar nicht zu sagen Ich traue mich das echt gar nicht zu sagen Das ist ähm Weil Alter das ist kontrovers Ich könnte auf Twitch dafür gebannt werden Ich bin jemand Ich kombiniere gerne Mayo und Ketchup Zu einer Soße Please don't ban me Twitch Please I have a family Please Ist doch normal sagst du Alter Das ist nicht so normal tatsächlich Jedes Mal wenn ich das irgendwie anbringe In einem Gespräch Na ich führe solche komischen Gespräche Dann heißt es immer so Alter Was ist denn mit dir los Und ich so Ja Je Poggers Warum macht jeder ein Poggers Face Alter Mach es denn nämlich jeder den ich kenne Alter Dann kenne ich glaube ich einfach nur die falschen Personen Ich war ohne Scheiß I love this shit Du brauchst also die richtige Ratio Du musst halt die richtige Kombination zwischen Mayo und Ketchup haben Das darf am Ende nicht zu hell aber es darf auch nicht zu dunkel sein Da ist tatsächlich eine Taktik hinter Da ist tatsächlich Strategie hinter Ist schon mal Hirsch gehabt Nee Ich habe es nur verkauft tatsächlich damals Sowas wie Ananas Nutella oder sowas Ich meine Nutella auf Ananas It would fuck your stomach though Alter Ich kann generell kaum noch Ananas essen Die Säure killt mich Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich habe es nicht Oh boy Hahaha Hallo, Tabo! Warte, das ist ein Zeitpunkt. Wer will das? Dann bin ich, Kaito! Oh! Ich werde die Karte ins Blöck. Ich werde das Blöck nicht! Super! Ich bin sehr freundlich. Ich glaube, das ist das, oder? Das ist das, dass ich nach oben gehen kann. Dieses Arschloch Yagami will mit dir reden. Alter, was habe ich denn heute? So einen krassen Drift im Sitzen, ey, what the fuck? Ich habe einen guten Zauber, was ich. Ich habe nichts Gefühl, dass es mir zu sein. Aber ich habe mir auch immer, dass ich es so gut zu machen kann. Ich habe mich, dass ich alle Bewerber ausführen und euer Herzog habe, das war mir nicht. Ich habe auch noch einen Bewerber ausgeführt und es war mir nur ein wenig. Ich habe mir das Gefühl, dass Aakuts wirklich so war. Aber ich habe mich über den Kaito, dass Soma in der Kauan der Anwalt für die Anwalt war. Und dann habe ich mich nicht mehr als die Anwalt für die Anwalt für die Anwalt. Wenn du anwalt für die 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 Anwalt. Would make sense. Und der Typ sieht aus, als bräuchte er Labello. Der Typ sieht aus, als Bräuchte erinnert, erinnert, dass er mit dem Weg erinnert. Erinnert, dass er mit dem Weg erinnert, dass er mit dem Weg erinnert. Higgaşi, jemand weiß, dass er der Typ ist? Erinnert, erinnert, dass er, wann er in den Tau上garten kommt? Untertitelung des ZDF, 2020 Ich würde auch gerne mal wieder irgendwie auswärts essen gehen, aber ist mir, to be honest, aktuell too risky. Gerade hier in Schleswig-Holstein, die Zahlen gehen schon wieder hoch wie sonst was. Ich bin zwar geimpft, aber ganz ehrlich, ich will nicht einer dieser Leute sein. So nach dem Motto, ich bin geimpft, ich darf jetzt machen, was ich will. We don't run like that. Das funktioniert hier bei mir nicht so. Ich bin geduldig und geduldig und geduldig. Aber sobald, I swear to God, sobald das mal irgendwann vorbei ist, ne? Alter. Every week, new restaurant. Keine Ahnung wie, weil, fucking hell, ich müsste sowieso überall mit der Bahn hin. I don't give a shit. Es gab sogar tatsächlich vor Corona sogar ein paar Restaurants in Hamburg, die ich unbedingt mal auschecken wollte. Leider kam ich nie dazu. Mein Bones ist sowieso nichts in der Nähe. Ich müsste so ohnehin mit der Bahn irgendwo hinfahren. You know? Ach, Earth Angel. Ich bin, und ich bin mit dem Motto. Ich bin mit dem Motto. Ich bin mit Motto. Ich bin mit Motto. Ja, ich bin mit Motto. Ich bin mit Motto. Das war mein Vater. Ich bin mit der Yakuza. Das war's für heute. Es 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 war's für heute. Kann ich Ihnen ein bisschen erzählen? Ich bin mit meinem Freund, Yagami. Ich bin der Ehemann. Aber er ist ein Mensch. Ich bin Yagami. Und was hast Du gesagt? Ich habe Sie gesagt, was ich mit euch zu erzählen? Ich bin am R.K. Ich bin der S.K. Er ist R.K. Der Soma ist. Ich bin der Soma. Ich bin ich einfach schon von einem kleinen Zeug. Ich glaube, du musst mir viel ansprechen. Ich weiß nicht, was ich? Ich habe mich sehr viel geholfen. Kannst du dich auf dem Flügel sitzen? Sohma ist ja... Ich habe früher, unsere Kassir-Hoh-San gearbeitet. Ich habe einen kleinen Jäu-Kazino mit einem Dab-Ein-Dob-Ein-Dob-Ein-Dob-Ein. Ich weiß nicht, ob ich sie mit einem Mann verabschiedet habe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich weiß nicht, ob ich einen Jäkuza verabschiedet habe. Was ist das Kajano in der Khamuro? Ah, ich habe das Kajano gemacht. Ich habe das Kajano gemacht. Ich habe das Kajano verabschiedet. Was ist das Kajano? Wir haben hier legit nichts bei uns in der Stadt, also bei uns im Ort. Außer der Ort, wo ich arbeite. Aber ja, ich mache das nicht, ich arbeite da, ich arbeite da nicht auf Privatessen, what the fuck. Ich liebe immer diese Eiswürfel, die sie in diesen Bars kriegen, Alter. Das ist ein fucking Ziegel, ein Eisziegel im Glas. Das ist es. Ich glaube, es war so gut, dass ich das erste Mal hatte, und ich glaube, dass ich es schlecht war. Ich glaube, es war so, dass ich so gesagt habe. Ich habe das gehört. Ich glaube, dass er das letzte Mal wurde. Ich glaube, dass er die耳ren schnell ist. Wer hat das gehört? Ich habe es gefragt, was ich? Was er damit sagen wollte, einige haben sich Daigo angeschlossen. Ich habe dich schon gar nicht gesehen, wenn ich das Böngle ist. Ich möchte dich nicht, dass ich mich nicht sagen muss. Ich werde mich nicht mehr anschauen. Ich bin ja, ich bin ja. Ich habe mich gerade gesehen, wie ich hier. Ich habe mir das Gefühl, dass ich mich nicht fühle, aber ich bin ja. Es ist sicher, dass alle die Leute, die ihr, die das Leben leben können. Aber wenn man sich immer wieder auf die Zeit auf die Zeit und auf die Zeit auf die Zeit zu schützen, dann kann man sich nicht mehr mit einem Geist zu beantworten. Wenn man das jetzt schon mal zackt, kann man auch essen? Der Künstler der Künstler-Kümmel-Kümmel-Kümmel-Kümmel ist so... Ich habe damals, die auf die Aufmerksamkeit und die Zufrieden-Kümmel-Kümmel-Kümmel-Kümmel-Kümmel-Kümmel-Kümmel-Kümmel-Kümmel-Kümmel-Kümmel-Kümmel. Hatte ich mir auch noch nicht. Ich habe mich da unten, dass ich eben schon wieder auf meine taten. Ich habe es noch eine sehr schön schöne aufmerksamkeit und mich zu Hause gehört. bнуть jetzt zu bezahlen. Ich habe es ebenso viel über das Gefühl. Ich habe es noch nie und so schön gesagt. Ich hoffe, dass Sie nicht mehr unsere Eltern sehen. Ja. Was ist das? Das Thepa wurde von den Schoen-König aus der 6-Pontgi verleten. Sie müssen sich die Gegner des Arten zu unterhalten. Die Männer dann callten die R.K. auf einen Schoen-König. Wenn Sie sich die R.K. auf ein Schoen-König aufkaufeln, dann soll ich die R.K. ein Schoen-König? Na. Die R.K. hat sich mit dem Schoen-König aufzusehen. Das ist das in der Nacht, die R.K. auf diesen Schoen-König aufbauen. Ich denke, es ist alles verletzt. Ich denke, es ist das Wichtigste. Ich denke, ein oder zwei Menschen werden auch hier mehr verletzt. Also, wenn ich so auch Soma kommen will, das geht? Das ist schon so. Aber heute ist es ein Ausbildungsgeist für die alten Anlagen, das RK-Sams. Schon mal ein Anhaltspunkt. Ich habe immer so das Gefühl, dass da Soma nicht unbedingt auftauchen wird. Ich weiß nicht, dass da Soma nicht unbedingt auftauchen. Ich weiß nicht, dass da Soma nicht unbedingt auftauchen wird. Ich weiß nicht, dass da Soma nicht unbedingt auftauchen wird. Ja, ich glaube, wir sollten eher das noch in weitere Fighting-Optionen stecken. Doge-Row finde ich immer gut. Perfekt-Block, ja, das kann man immer gut gebrauchen. Ist das ein fucking Tiger-Drop? Nee, wenn ich mich gedeckt habe. Nee, es ist kein Tiger-Drop. Ich weiß nicht, dass da Soma nicht unbedingt auftauchen wird. Ich weiß nicht, dass da Soma nicht auftauchen wird. Ja, ich komme. So, und ich glaube, dann nehmen wir noch ihn hier. Wenn sie das wahrscheinlich ständig mit dem anderen Move beißen wird. Ja, ich habe heute auch ein bisschen früher angefangen, deswegen... Ich wollte heute nicht so bis so spät machen. Spoiler, ich kann mich sowieso schon wieder nicht zurückhalten, also... Das ist gar nicht egal. Mensch, ich nehme dir direkt Spaß hier. Ich sage, ich habe heute einen R-K. Ich bin ja die R-K. Ich bin der Hauptstadt-Gerder. Ich bin der Kürger-Kerner. 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 Ich habe das auch gekauft. Ich habe das, dasdessust. Okay, dann gehen wir. Keine Jörger. Gehen wir einfach rein, so aus dem Motto, no one cares. Alles gut. Ja, definitiv crazy. Eier. 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 Hier hatten sie schon Spaß scheinbar. Oh-oh. So dunkel ist es jetzt hier nur auch nicht. Oh ja, es gibt ja noch zwei andere Türen. Nee, in der Regel finden wir die Lösung irgendwo. Also, das sind scheinbar Türen ins Nowhere. Ich meine, so viele Wege gibt es hier nicht, also... Achso, warte mal. Mit dem Herrn lässt sich reden. 0508... 0508... 0508... 0508... 0508... aha what oh oh mein gott fucking 40k von fucking tiger drop ja das ist der tiger drop that's it, game is over die haben die Fähigkeit des tiger drops einfach mal fucking in den Tresor gepackt ja, hallo da geh ja, ist halt ein tiger drop drinnen, ne? also was besseres hätte ich mir gar nicht wünschen können ja 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 um ich hab halt keine ahnung wo die kamera jetzt gerade hin wollte ja ja nö das ist das tor von n verriegelt, wir müssen außen rum gehen ja ok jup also ein bisschen müsste ich mein grip vielleicht doch mal irgendwann erweitern just just a bit ein ganzer bienenstock, na geil da wollte ich unbedingt reingreifen heute mal bitte ja sind wir doch nie von dem rohr abgesprochen? Das war glaube ich nicht richtig. Es fühlt sich zumindest nicht richtig an, aber es war scheinbar richtig. Was ein Glück, dass die Sachen hier alle so schön rumlaufen. Nee, hoch. Yagami hoch. Nice, einfach damit wir das einfach mitnehmen, auch wenn es ein minimaler Ding ist, aber trotzdem. Oh, da geht es weiter. Das könnte tatsächlich ein bisschen wonky werden. Was war das denn für ein Sound? Wie kommt ihr hierher? How did you get up here? Ich will mehr Erfahrungspunkt, ich will den Tiger Drop. Das ist das Spiel offiziell vorbei. Das hätte ich counteren können. Neue Kopfhörer, so für unterwegs sollte ich mir vielleicht auch mal langsam zulegen. Ohne Scheiß, ich höre nur noch bei meinen auf einer Seite was. Ich will bald sein nix. Tavo, wie ist das? Ja, ich habe mich auf der RK verabschiedet, aber es wäre sehr wütend. Ich muss mich auch auf jeden Fall suchen. Ich hoffe jetzt. Verbessere deine Skills. Ja, äh, noch nicht. Not yet. Ähm. Okay. Ja, ich sag mal, die Kopfhörer reichen noch für den Weg zur Arbeit und wieder zurück, also von daher. Ja, ich sag mal, die Kopfhörer reichen noch für den Weg zur Arbeit und wieder zurück, also von daher. Ja, ich bin langsam auch am überlegen, ob ich auf kabellose Kopfhörer umsteige. Bin ich ja eigentlich nicht so der Fan von, you know. Kann ich ihn ausschalten? Ja. Ja, to be honest, ich war ja immer nie so der Fan von, von so kabellosen Kopfhörern, aber ich glaube mittlerweile scheiße. Nicht gesehen, dass der in meine Richtung guckt. Ich war zu sehr mit kabellosen Kopfhörern beschäftigt. Ja, ich hab's verstanden. Das mit Kabel stört mich nicht mal. Ich mag das sogar lieber, weil so verliere ich den Scheiß nicht. Mir fallen die Dinger sowieso immer aus den Ohren, aber deswegen, ich würde so, solche kabellosen Dinger lieber erstmal einmal probieren, damit ich weiß, ob die überhaupt bei meinen Ohren funktionieren und nicht, dass die rausfallen und dann, ne. Weil wenn die rausfallen, dann gibt's kein Kabel mehr, was dir auffällt. Dann fallen die und dann so deine Kopfhörer like, say goodbye und so weit weg. Mein Kabel los, dann müsste ich sowieso ein bisschen umswitchen. Ich glaube, das ist ein anderes Ding. Jetzt mal gehen wir da direkt hin. Bitte? Wie hat der mich entdeckt? Hä? Ich hab Dreieck gedrückt. Nein. Ja, geil. Äh, I got scammed. Ja, da hab ich mich jetzt nicht getraut. Ja, da hab ich jetzt. Ja, da hab ich mich jetzt nicht getraut. Ja, da hab ich jetzt nicht getraut. Ja, da hab ich mich jetzt auch in der Nähe. Ich warte jetzt mal bis er sich Genau Geht doch What the fuck What about that inferno and weird ass shit Do you guys say Lenchu obikidastikunnega Naka zero Oranantogu Tanonda you Nyao 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 Nanda neko no kenka kakar Do kore night ya gara Nyao 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 Ich dachte, ich falle da jetzt runter. Der müsste mich doch jetzt schon locker sehen. Oh boy, das ist nicht gut. Der sieht mich. Der sieht mich. Er sieht mich nicht. Wow. Wie sieht der mich nicht? Ist der andere da? Da kann ich hin. Ich bin nicht fertig. Das war's für heute. Hm. Das war's für heute. Das war's für heute. Hehehe. Ja, wir wollen dann die nochmal darauf reinfallen. Oh boy, das Spiel gibt mir ein Safe Space. Das nehme ich tatsächlich gerne. Oh, wasser? Oh, wasser? Was ist der Kohl'suke? Das ist eine Frage. Hey! Ich habe noch eine Frau gebetet, was ich nicht? Ich habe noch nicht! Ich habe noch nicht! Ich habe noch nicht! Ich habe noch nicht! Das ist der Kite? Oh! Oh, das ist so ein Geheimnis. Warum sind Sie hier? Sie waren auch in R.K. Sie waren auch in R.K. Achso. Sie sind nicht mit uns zusammen. Sie sind in dieser Strecke? Wie ist der Soma? Sie sind nicht gekommen? Sie haben sich in die Flasen gefangen. Hey, Sie sind auch nach hinten. Ich habe mich noch nicht aufgeteilt. Ich weiß, dass ich mit einem anderen einst. Ich habe mich nicht aufgeteilt, nur wir uns mal helfen. Ich bin bereit, dass ich mich auf Discovery bin. Ich schau das mal, wie ich mich aufbeten. Du bist gut? Nein, was ich? Ich habe mich nicht aufgeteilt. Das sind ein paar. Wie wir das in diesem kleinen Zimmer machen, ist mir ja übrigens ein Rätsel. Ist ja schon fast ein Royal Rumble hier drin. Ah ja stimmt, du hast eine Keule. Das ist so ne, Kaito will einfach ein Stück von dir. Auch fair. An die Oma im Kino aus Like a Dragon, die dir Kekse gibt? Die Oma im Kino? Ne, tatsächlich nicht. Ich erinnere mich nur an die Oma von Ichiban Holdings. Erstmal umstrukturiert hier. Au. Double Kill. Alter, fucking hell in a cell match. Man hat zum ersten Jubiläum an meinem Kekse und mir den Vorlagen gemacht. Sick. Oh, Gana. Oh, Loll. Oh, Loll. Ich habe mich, dass ich mit der Rückseite des Mitzel, die Kauai-Sinja, um den Kauai-Sinja zu verabschieden. Ich habe mich, dass Kauai-Sinja in der Kauai-Sinja, die Kauai-Sinja, die ich mit meinem Handel bin. Ich bin der Kauai-Sinja, der Kauai-Sinja, der Kauai-Sinja. Wenn du dich selbst verabschiedst, dann ist es nur ein Mensch. Wenn wir vielleicht mal wieder einen Grund für einen Koch streamen mit dem Keksrezept. Für mich, dass es das Geld ist, dass ich das Recht, das Recht aus dem Keksrezept habe, und dass es sich selbst überraschend ist. Und das ist das, dass du jetzt viele Menschen gesagt hast. Aber du hast das Glück, dass du es nicht überraschend ist. Du musst auf die Verdacht des Zettelbewerbs und dem Abläuern auch nicht überraschend machen. Die Verbeziehung, dass ich es auch anderen Leuten den Vereinigte, dass ich es auch so sehr an den Begriff. Schnaufe Ich werde das letzte Mal zurück in die Welt Ich werde das alles in die Welt Ich werde das alles in die Welt Das ist das Problem Das ist das Problem Das ist das Sawa-San war einiger Junge der Mitzel war einiger Junge der Mitzel Ich habe mich nicht mehr, dass ich nicht kommen und ich habe mich nicht mehr Ich habe mich nur und ich habe mich nur Ah... Wenn ich das so schnell, dann bin ich nicht mehr so schnell. Ich dachte, du warst nicht so, dass du ein Drei-Drei-Drei-Drei-Drei-Drei-Drei-Drei-Drei-Drei-Drei-Drei-Drei-Drei-Drei-Drei. Du bist so, dass du mich verletzt hast. Ich habe das nur das, was ich. Aber ich habe mich überrascht, und ich habe mich überrascht, und ich habe mich überrascht, um zu sagen, zu sagen, was ich zu sagen. Ich habe mich überrascht, dass es nicht möglich ist. Ich sage es, die du, die Verlusten, nicht zu sagen. Ich habe mich nicht gewusst, dass ich mich überrascht. Es war ein Erfolg, was man nicht sehen. Aber... ... dass man die Menschen mit dem Gehäuse nicht verletzt hat... ... O... 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 ... 13 Jahre im Koma. Jesus. Just imagine this. Jedes Mal, wenn das Thema aufkommt, man muss es sich einfach mal vorstellen. Man kann es sich nicht vorstellen. You're gone for like... ... in your brain, you're like gone for two seconds. ... Aber in Wirklichkeit sind 13 Jahre vergangen. ... ... ... ... ... ... Erstmal eine Smoken. Richtig. Allein, was du alles in der Welt verpasst in 13 Jahren. Vor allem, 13 Jahre bis jetzt. Weißt du, allein, was wir an technischen Fortschritten gemacht haben in der Zeit. So von den frühen 2000ern bis heute. Sie sind so viele, was du hast? Genau, es ist klar. So, dass du dich vorst, in Tetsu zu spüren. Er hat einen R.K. für einen Kwanan-Energum. Ich weiß nicht, ob ich hier war. So, ich glaube, es ist schon wieder ein Schmerz. Ach, die argi 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 arg Musik Alter Das mag man sich gar nicht vorstellen. Alter, 13 Jahre. You missed so much. Das ist ein gesamtes Leben. Ist an dir vorbeigefahren. Und wie schon gesagt wurde. Allein dein Verstand. Du bist ja wirklich quasi. Weggekickt als du noch ein Kind warst. Als du ein Jugendlicher warst. Und auf einmal bist du fast erwachsen. Das muss so fucking weird sein. Ich hätte schon Bock auf Mayong. Das Problem ist, ich will wissen, wie es weitergeht. Alter. Jetzt kommt halt eine Schelle nach der anderen. Mal ganz kurz gucken. Oh mein Gott. Es gibt also tatsächlich ein offizielles Rezept. Alter, das sieht doch noch geil aus. Was ist das? Rezept für All-Grey-Tea-Cookie. I like that. I want that. You. Alter, immer wieder. Gemüt für den Koch-Stream. Ich muss aber mal sagen, man wechselt ganz schön viel die Stadt hin und her. Man pendelt echt sehr häufig zwischen Kamerucho und Ejijo. Finde ich schon cool. Ich habe jetzt lange kein Koch-Stream gemacht, weil ich mir sage, aktuell habe ich nichts, was ich euch zeigen könnte. Wie gesagt, im Koma, für dich ist es wahrscheinlich so, als ob du geschlafen hast. In deinem Kopf bist du vielleicht weg für zwei Sekunden gewesen. Aber in Wirklichkeit waren es 13 Jahre. Allein die Zeit generell musst du dir mal... Zehn Jahre... Generell zehn Jahre ist schon... This is a long time. Generell zehn Jahre. Das ist Yagami. Ja. Ich bin auch nur ein? Und Sie sind? Ich habe mich gefragt, dass Kuanna zu suchen. Aber ich habe mich gefragt, dass Kuanna von Kuanna ist, dass 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 Kuanna ist. Das stimmt. Es ist nicht so schön. Ich habe keine Zeit, aber... Hast du was von Tessou? Wachkoma ist ein Ding? Oh mein Gott, das klingt noch schlimmer. So, das ist ein Ding. Just imagine. Nice. Game is over. Tiger Drop learned. Ah, Freiwillige aus dem Publikum. Falscher Stil. Magst du auch mal? Versuch mal. Nicht so schnell. Hallo? Ich bin aber über ihn gefahren. Ja, das Timing könnte ein bisschen... Ah! Ah, das ist! Ah! 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 Alter! Einer Tiger Drop. Einer Most OP Ability Ever. Und vom Erdboden verschwenden? Weil ich kann mich umziehen. Was passiert, wenn wir so einfach hier hingehen? Nothing. Ah, so. Da. Ich stehe auch am falschen Ort. Wann war das denn? Ich bin ein Mann, aber ich bin ein Mann. 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 Das ist nicht sicher. Ich bin ein Mann. Ich habe mich nicht ausgesprochen, aber ich habe keine Kontakt zu bekommen. Ich habe ihn von mir vorhin. Ich bin ein Mann. Ich bin wirklich? Ja. Aber wenn ich mich so, dann werde ich RK-Kwanen anrufe. Es ist eine große Aufgabe, die sich um die Schwiebeln zu bewegen. Erstens, nicht einmal, die Schwiebeln zu schwenken. Ich weiß nicht, ob ich hier bin. Ich habe das Gefühl, dass du hier bist. Ich habe mich, dass du hier bist, wenn ich mich daran interessiert. Das ist auch schon. Aber... Mach mal. Hier ist ein Gewaltes Gänge. Es gibt keine Schwiebeln, oder? Natürlich hat er sowas. Natürlich hat er geheime Tunnel. Warum sollte er es auch nicht hören? Fucking Stufenanimation. Nur mal so gesagt. Dass sich Leute die Mühe machen, so Stufen hochlaufen zu animieren, you know? Oh. Ich finde es schön, dass das Spiel das gerade für mich übernimmt und nicht... ich. ... ... F*** das. Ah, ein Yagami. Ah, ah, ah. Fällt überhaupt nicht auf, nein. Hat so ein bisschen was von Helstu, ja, doch? Mhm. Halber weh, dass ich keinen Bock auf meine 6-Tage-Woche habe, die jetzt auf mich zukommt. Da soll ich ganz hin? Holy shit. Ernsthaft, ihr kennt mich? Na, der Herr ist auf Skateboard, ja, let's go. Graf Skate-Uler. Wie bescheuert. Wie absolut Gurke. Ach, das ist der Pornjob? Ja. Um mich noch irgendwas zu futtern? Ne. Wie steht es für meine Gesundheit nochmal? Oh, ich bin fast voll, nevermind. Ja. 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 wahrscheinlich hätten wir auch ein taxi nehmen können das wäre wahrscheinlich auch nicht aufgefallen in unserem outfit wir haben 10.000 von diesen punkten ich habe keine ahnung wofür sie gut sind hängt wahrscheinlich auch mit einem club zusammen ich habe ihn so des new yagami-san akai kekkenka hundoku anna no you could have Ja, die Funktion ist neu. Die habe ich jetzt seit 2-3 Streams oder so. Ich gehe jetzt. 3,5% Das ist eine Art Schrift, oder? Nein, aber niemand ist bei diesem Zeitpunkt. Ich bin auch nicht der Herr, aber ich bin an der Krupp. Kuanau, dann, ich bin mit mir wieder, zu gehen. Das ist... Das ist es... Äh, jetzt krieg ich aber auch langsam Hunger. Also lange mach ich nicht mehr heute. Ich würde schon gerne an einem Punkt sein, wo ich sagen kann, nächstes Mal ist der letzte Stream tatsächlich. Ich weiß nicht, es ist eine Kasse. Aber es gibt einen Fall im Hintergrund. Hier haben wir viele proceeded, aber auch viele Menschen täutes uns ins Gefällt. Wenn man viel Zeit mit in der Welt zurück ist, kann mich auch nicht beschädigen? Und ich weiß, dass du Dauer das Gefällt. Ich weiß nicht, Herr, Herr, ich bin sein, mit Jägawny. Können Sie mit ihm reden, mit ihm zu sprechen? Bitte, Yagami. Ich habe Tetsuo gemacht. Ich habe mich und R.K. geschaut. das wäre, mit dem H kampio, Schiff zu erwähnen. Es wäre so schön, wie ein Käffchen kann sein. Es ist, dass ich kein Käffchen hätte. Aber ich habe mich daran gemacht. Ich wusste, dass ich immer mehr mit Essen gehen kann. Ich bin ohnehin immer mit ihnen woanders. Aber ich habe mich immer noch nie mitnehmen. Ich glaube, das istität, ob es ein Käffchen von R.K. Ich habe mich immer mit der Käffchen der Käffchen ausgebaut. Ich bin seit Jahren Verein. Ich habe noch einmal mit der Käffchen. Was ist das Käffchen? Evet. Und wenn ich mich, wenn ich diese Käffchen für Lahtze 굿, Wenn ich mich nicht mehr so fühle, dann wird es auch ein Schmuck in der Mitte des Blumen. Wenn ich mich nicht mehr so fühle, dann wird es immer noch ein Schmuck. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem von Sawa und der Miko-Sibat. Das ist alles, was ich jetzt fertig ist. Ich werde es nicht mehr so schlafen und es nicht mehr so schlafen. Ich glaube, dass der Fall der Kuss-Motor einsteigt. Ich glaube, dass du alles verletzt hast, was du mit dem Kuss-Moto-San. Ich bin nicht so gut, dass ich ihn nicht verletze. Das ist egal, ich werde nicht darüber reden. Das Ergebnis ist, dass ich Sawa-Sensei den Kuss-Motor nicht verletzt habe. Ich werde nicht darüber reden, dass du nur die Augen auf dem Kopf schlafen. Ich weiß nicht, wie du sie mit mir verhalten hast. Du wirst nicht so sehen, wie du das mit 13 Jahren gelernt hast. Ich will nicht unbedingt sagen, dass du dich aufhörst. Ich bin alle glaube, dass ich dich zu sehen. Ich bin mit dem Bordel von Verlust zu verstehen. Ich habe mich mit dem Menschen um die Kinder zu töten. Ich bin halt so klar, dass es im Moment nicht so schnell gegeben wird. Und ich habe immer so viele Eingang in der Verhandlung gelegt, was ich mir nicht mehr sehen. Ich glaube, dass ich es nicht mehr so schnell gesehen habe. Ich weiß nicht, dass diese Leute zu viel schrecklich machen. Das ist, dass ich keine Angst haben, und ich glaube, dass ich in der Sicherheit bin. Ich glaube, es ist ein Problem, dass ich mich nicht so sagen. Deswegen will ich mich nicht so sagen, dass ich ihn nicht so denken. Ich will mich nicht so sagen, dass ihr euch immer wieder ein Geist. Kuan... Ich werde mich nicht so sagen, dass ihr euch nicht so sagen. Ich will mich nicht so sagen, was ihr euch für die Zeit haben. Das war's. Was für ein Arschluss? Wenn es ein Recht ist, dann ist es eine Wahrheit. Dann wird es nicht wegschrauben. Wenn Sie, Sie und Kuxomo haben sich keine Erwerbe, dann kommen Sie nach dem Angriff. Das heißt, wenn Sie nicht auf die Seite holen, dann werden Sie in der Fall schrauben. So, das ist dann halt das, was ich. Was? Aber ich kann es sich nicht wegführen. Das war's für mich. Ich weiß nicht, was ich. Ich habe mich, dass ich das alles wiederholfen kann. Ich habe mich, dass ich in der Grunde genommen habe. Das ist nicht so gut. Du bist... 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 Das war's für mich. Die Menschen, die sich nicht verletzten. Das ist das, was ich. Das ist das, was ich. Ich bin 13 Jahre alt. Ich habe mir einen Schraub gemacht. Ich habe mir einen Schraub gemacht. Ich habe mir nicht geholfen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich werde dir, dass ich das letzte Mal mache. Also, warum hast du mich hier gesagt? Hast du mir gedacht, dass ich mich erinnere? Das stimmt. Ich glaube, dass du nicht so gut bist. Ich glaube, ich glaube, es ist ein guter Mann. Aber... Ich glaube, es ist ein bisschen zu sprechen. Was ist das? Ich habe das für Eihara gegeben. Es ist schlecht, aber... Ich habe das für euch. Ich habe das für euch geholfen. Ich habe das für euch geholfen. Ich habe das für euch, wie ich das wissen. Eihara? Was die Das? Ich habe das für euch angerufen. Ich hoffe, dass der Weg zum Schluss mit meinem Erwin zurückblechst. Ich wollte es nicht sagen, dass ich mir länger sagen kann. Ich werde mit dem Gott noch zum Beispiel nehmen. Ich würde ich nicht mehr generieren, für dich. Echt? Ich glaube, dass du mit dir sein kannst. Wenn du weg bist, dann kannst du nicht mehr weg. Wenn du auch viele Menschen geschmissen hast, ich habe keinen Beweis. Wenn du es nicht mehr durch den Kampen geschlagen hast, dann kannst du wieder weg. Er hat das Gefühl, es ist nicht das Gefühl, dass du mein Leben schaffst. So, wie soll ich das Gefühl? Wenn du hier in der Welt bist, in der mich ... ... muss ich immer vertreiben. ... dass du ... ... und du ... ... das Kusum und von Klaue, ... ... kann ich noch immer wiederholen. ... ... ... Was macht der Kerl hier? Was macht der Kerl hier? Oh, come on! Oh, come on! Oh, come on! Oh, boy! This took a fucking dark turn. Oh, come on! Out of nowhere. Oh, come on! 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 Hey, hier liegen gefühlt 10.000 Keulen. Okay. I am an idiot! Poggers! Oh, der Soundtracker da! Das war nicht cool Oh mein Gott, dass mich das nicht getroffen hat Erstmal göttliches Wasser und eine Milch trinken Das ist wichtig 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 Sowohl für Krania als auch für Tiger Und dann wird gespeichert Oder mal Feierabend für heute Alter Oh ich wünschte ich hätte heute Nachmittag schon angefangen Alter ich hätte das zu Ende gebracht Swear to god Stell dir mal vor ich hätte um eins angefangen oder so Ich hätte richtig nachmittags angefangen Dann wäre ich jetzt Dann wäre jetzt Nö Aber Holy shit Alter Der Plot wird Das ist geil I like it more than Normal Judgment Manto In dem Sinne ich mache hier für heute Feierabend Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Abend Wir sehen uns Probably erst nächste Woche wieder Es sei denn ich bewege mich dazu am Wochenende zu streamen Yeah sorry about that Arbeitswoche ist ein bisschen wonky dieses Mal In dem Sinne würde ich euch noch einen schönen restlichen Abend Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin Ciao Bye Oh, look.